Es ist Feierlohn! Der Tag, wo ich das erste Mal Fußball gespielt habe. Die Spiele, wo ich verloren habe. Heute bin ich glücklich hier mit dem Fußball. Ja, schwer zu sagen. Ibrahimovic vielleicht. Technisch. Meine Familie. Ich kann nicht verlieren. Wenn ich im Tunnel bin. Ich bin sehr glücklich. Ich bin nicht traurig. Dann gibt es keine andere Möglichkeit. Meine Freunde sind da. Nicht so gute Tage. Traurig. Ich bin glücklich. Keine Ahnung. Bin ich einfach glücklich. Tschüss. ig